Stößchen, wenn die Titanwurz blüht, dann darf das schon mal gefeiert werden. Ich bin natürlich wegen der Größe des Amorphophallus gekommen, also das heißt ja übersetzter Pimmel, der Riesenpimmel und das ist ganz einmalig. Obwohl wir hatten schon mal einen hier, der war dreimal so groß. Also es ist ein bisschen bescheiden, deswegen trinken wir auch nur einen Sekt. Nur einen? Dabei hat die stinkende Pflanze einen neuen Rekord geknackt. Sie ist mit nur 125 Zentimetern die kleinste Riesenblüte Europas. Die Zoologen in der Wilhelma haben sie liebevoll alberig getauft, was so viel bedeutet wie Zwergenkönig. Da die Pflanze immer nur eine Nacht lang blüht, ist die Neugier gestern in der Wilhelma in Stuttgart groß. Und das trotz Gestank. Aas ähnlich, aas ähnlicher Geruch. Um Aasfliegen anzulocken, simuliert die Titanwurz ein totes Tier. Sie heizt sich sogar bis auf 38 Grad auf. Um 23 Uhr dann der Höhepunkt. Jetzt sind wir aktuell bei einer Temperatur von 39 Grad. Das heißt, wir haben die maximale Blüte aktuell erreicht. Und damit die je höchst gemessene Temperatur in einer Blüte hier in der Wilhelma. Und das ist eine richtige, die wir überführend mit Geburt. Dann hätten wir heute über 50 Grad. Und das wird heute über 20 Grad. Auch wenn man sich über 100 Grad arbeiten, Untertitelung des ZDF für funk, 2017